Erstmal ist es immer eine Freude hier zu sein und ich war schon einige Male hier und dadurch entsteht so eine Art, ich will jetzt nicht übertreiben und zuhause sagen, aber doch habe ich das Gefühl, ich fühle mich dann immer sowieso herzlich willkommen, aber auch ich fange an die Akustik hier noch besser zu verstehen, noch mehr zu genießen. Es ist ein wunderschöner Saal, ästhetisch, aber vor allem vom Klang her, wo man nicht forcieren braucht, nicht extrem mega laut, weil einfach so viel Klang da ergibt, einfach das, was das Orchester macht, was der Chor macht und somit ist einfach immer so ein Gefühl von ja, da gehe ich einfach liebend gerne hin und wenn das Publikum mich auch akzeptiert und ein bisschen applaudiert, dann bin ich sowieso nur ganz glücklich.